Guck mal, Henni, was ich gerade sehe. Am 23.12. der Spiele im Rind in Rüsselsheim, die Stunetz. Ach, die Stunetz. Warum spielen die da an denen? Die haben das 10-jährige Bandjubiläu. Da könnt ihr mal hingehen, Leute. Die Stunetz, also am 23.12. im Rind. Man unterstützt, ich kann es ja kaum aussprechen, das ist Stunetz. Die haben 10-Jähriges und das ist ja eine Leistung. 23.12. mit so einem Namen, 10 Jahre zu bestehen, Stunetz. Den man sich kaum merken kann und dann einfach vor Weihnachten noch Respekt. Viel Spaß beim 10-Jährigen. 2.12. mit so einem Namen, 10 Jahre zu bestehen, Stunetz. Der